So, und jetzt ist Superagent Gussi wieder am Start. Und wie immer fangen wir von hinten an. Digger, warum lachst du heute so viel? Tja, die Antwort ist heute sehr leicht, ich bin happy. Und warum bin ich happy, weil Snoopy happy ist. Digger, wenn es dir gut geht, dann geht es mir auch gut. Dieser Wort ist spannend. Weißblau sitzt neben mir. Von der Sonne wird er angestrahlt. Er trägt eine kaputte Hose. Für mehr hat es nicht gereicht. Und er rettet mein Leben gerade. Mein Handy hätte ihn sonst liegen lassen, Alter. Zu hart. Alter, diese Sonne. Ich bin begeistert. Reis und Bohnen tanzen schon. Die nächste Dimension ist erreicht. Es ist alles gut. Wir telefonieren doch. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ein Moment. Wir zaubern jetzt. Ausfroschen werden grinsen. Gulasch führt zu Haus. Sorry, es ist zu laut. Wir setzen Kopfhörer auf und genießen diesen wunderbaren Moment im unendlichen Raum. Zu nice, Digger. Zu nice. Und ich gebe dir jetzt noch den Schorn auf. zur residue leer in die Hinweise getting und in die Beue. Und noch die振струкAST.